Heute spiel wir Five Nights at Freddy's und das Ganze in VR Ja Leute, das ist das erste Mal, dass ich FNAF wirklich spiele Und das Ganze mach ich einfach in VR, weil ich dachte mir so, warum nicht Ja, weil es sind noch mehr davon, ne, lass es liken, aber scheiß auf mich Da unten, seht ihr das? Das ist mein Pult Und der geht höher, umso mehr Angst ich habe Also, seht ihr, weil ich Angst habe und wann nicht Ah, warte mal Okay, okay, das Oh Hallo So, perfekt Das Spiel ist eigentlich super simpel Es gibt verschiedene Kameras, das weiß ich Und dann auf den Kameras sehe ich, wenn diese Freddy, wenn Bunny, Bonnie oder Chica rumgehen Falls die rumgehen, falls die noch nicht rumgehen Und Der geht rum, der geht jetzt schon rum Chimma, Großer, ich habe nicht mehr angefangen Okay Ich bin keine Pussy, ich bin keine Chica, Chitna Und ich kann hier gucken Licht Oh, ne Oh, ne Das ist jetzt schon zu laut Warte mal kurz, warte mal Hold your horses Boah, ne Oh, ich schieb voll die Paras Ich will mich bewegen Ich kann das nicht ab, wenn ich sitze nur Oh mein Gott, das ist gerade mal ein Uhr Oh, warte mal Das ist nicht gut, wenn die Die ganze Zeit, wenn die ganze Zeit das Licht an ist, ist nicht gut Gut Der Brie ist schon Recht Der Brie ist schon voll da Der ist ja links um die Ecke Hallo Da, da, da Da, da Ist er schon da? Oh mein Gott, ich werde so verkacken Ne Leute, ich kann das nicht Bitte keine Jumpscares Ich schwöre, bitte keine Jumpscares Alles nur nicht das Es ist zwei Uhr Es ist zwei Uhr Ich bin gestresst Ich bin massiv gestresst Ist da jemand? Guckt da jemand? Da ist jemand, oder? Hallo? Oh Oh nee, das war eine dumme Idee Da war was Ich hab da was gesehen Okay Wisst ihr was? Ne Ich hab keine Angst in die Ju Ich bin keine Pussy Ihr seid Pussys, ganz ehrlich Macht ihr das doch nach Mein Gott Ich bin scheiße in dem Spiel Und ich Ops, sorry Mikro Ich bin halt ein bisschen Naja, wie soll ich sagen Ich hab halt manchmal ein bisschen Angst Hier und da Und Action Sollte ich vielleicht mal die Türen aufmachen Weil Ich meine Was soll schon passieren? Drei Uhr Ist da was? Ist da was? Ist da was? Das ist ein geiler Job Ich kriege Geld fürs Sitzen Und nichts Was ist der eine Strich eigentlich? Heißt das, dass ich keinen Strom mehr habe? Oh, hallo Ah ja, verrückt Guck mal Da und da Verrückt Wer von beiden kommt wohl zuerst? Was meint ihr? Wer von beiden bleibt genau da, wo ihr seid Bitte Die Uhr Nein Nein Ah Ne, ne, ne Nein, nein, nein Ich seh dich Du kannst mir gar nichts Warte Geht ihr links los? Das auch, oder? Oder ist weg Ist weg Ich hab keine Angst Ah Moin Grüße Mensch Was treibt dich denn hierher, Chica? Let's eat Ah, tut mir leid Das Essen hab ich weggeworfen Kannst du jetzt mal gehen? Ist dir verrückt Ich hab's gleich geschafft? Da Da war was Moin Der ist gerade vorbeigegangen Meine Power ist gleich weg Ich hab's gleich geschafft Oh mein, ich würde vielleicht mal die Tür aufmachen Ich schaff, glaub ich, das erste Level Fürst frei Ich bin ein Pro Holy shit, bin ich gut 14% noch Das reicht vollkommen Ähm Vielleicht Moin Warte, was? 6% Akku noch Das ist doch nicht so gut wie gedacht Vielleicht sollte ich links noch Oh ja, 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 doch nicht Wallah Das war's Power ist weg Hüpp, wupp Cool Ja, cool Und was jetzt? Nein Hallo Ich hab's fast geschaffen Guck mal, geht ein bisschen weg Mit dem Gemäke 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr Wow Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also ehrlich Sagst du, wie es ist Heutzutage ist halt einfach Alles leicht geworden für mich Ich bin ein absoluter Pro In jedem Spiel Mein Puls Keine Ahnung, wie der ist Relativ niedrig Ich krieg ein Geschenk Das ist gleich Das ist großer Kopf Oh, wenn da jetzt gleich was hochkommt Was mich erschreckt Wäre voll uncool Hab mich nicht erschreckt Schwöre, hab ich nicht Hey, was haben Okay Nacht Nummer Dos, Leute Ich hab mich gut geschlagen In der ersten Nacht Hat er vielleicht noch Informationen? Moin Heather Ruf für Krabbe Nee Okay, schau Achso, er meint Ich soll nebenbei Schon mal die Kameras angucken Während wir hier gerade Tifflin Da ist noch jemand Die sind auch noch am Start Ich sag's, wie es ist Ohne Probleme heute Fehler frei Ähm Da geht gerade jemand Äh, äh, Entschuldigung Da ist Äh, da Hi, Chica Ja Okay, Chica ist weg Chica Cheater Ist da noch jemand Vor der Camp gerade? Ja, cool Wenn ihr vielleicht Okay Ja Ich bin ganz ehrlich Er stört mich nur Ich muss mich konzentrieren Wer macht dieses Dom Dom? Irgendwas geht hier Wow Schimmer Kann's gehen Hab dich gesehen Hast dich gezeigt Bist du immer noch Willst du das haben oder was? Ich Legst dich hier vorne hin Kannst dich nächstes Mal holen Okay Gut, da kommt der nächste Okay Ablebenskiste Schwenk Und der kleine Breachitter Okay Guck mal Leute Das Ding ist Eigentlich Ist es ja nicht so schwer Ich muss Gut 69% nur noch Wo ist er hin? Okay Okay Warte mal kurz Das ist ein bisschen stressig Grau Moin Also I see you Ich weiß, dass du da bist Diesen Cupcake Kriegst du niemals Der bleibt jetzt hier Der ist mein Beschützer Das ist Mr. Cupcake Mr. Cupcake Und ich sind beste Freunde Ein Cupcake Ein bisschen feiner Cupcake Ich lass einfach die Türen zu Und dann kann mir keiner was Ich werde langsam verrückt Ich werde langsam verrückt Was ist das für Sounds? Also ich bin ehrlich Oh mein Gott Was war's? Ich muss Ich muss Strom sparen Ich muss Strom sparen 35% Wir sind am Arsch Also wir sind alle am Arsch Wir sind alle Wenn ich am Arsch bin Seid ihr es auch Irgendwas krabbelt hier durch die Schächte Irgendwas kommt Irgendwas kommt Da war was Alles cool Ich bin entspannt Nein Get up, Chica Okay Scheint So, als ob wir das doch Recht gut im Griff haben Noch 19% Vio, morgens Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Sie ist doch gegen die Tür nicht zu Wollte ich mich verarschen? Das ergibt da gar keinen Sinn Oh Mann Wer war das, hä? Irgendwie Irgendwie hat es gar keinen Sinn ergeben Ich konnte die Tür nicht zu machen Ihr habt das klicken gehört Ich konnte nicht mehr Okay, wir müssten diese Runde Viel Sparsamer sein, okay Wir müssten Strom sparen Ah, ich glaube Usage war überladen Kann das sein? Ja, ne? Okay, am Anfang passiert ja nichts Leute, ihr könnt mir mal von eurem Tag erzählen Wie war euer Tag bis jetzt so? Wie läuft Schule? Geht's euch einem gut? Schreibt's gerne in die Kommentare Ja, okay So Ich packen wir jetzt hier erstmal Kann ich mit dir auf die Die sind schon auf Achse, die guten Brees, ne? Nein, dieses Mikrofon ist immer am Weg Okay Drohensparend sein Also einer Da seht ich Ohren Ich muss mich halt voll konzentrieren Irgendwie Das ist purer Stress Ist das ein Poster oder so? Na Ah, ah I see you Ich weiß, dass du da bist Du kannst da schön Wegbleiben Okay, rechts Okay Ich glaube Äh Äh Und wo kommt der Sound? Ich mach mal auf Ah Noch nicht Pfff Pfff Das ist entspannt Tief entspannt Okay Ist ja nichts? Tut mir leid Okay Da ist nichts Okay, dann ist da jetzt auch nichts mehr, ne? Perfekt Super Kann die Kamera vielleicht noch ein bisschen dunkler sein? Da kann man ja auch fast gar nichts mehr sehen Bunny ist wieder da Bunny, Bunny Bunny, Bunsi Bimsi, Bumsi Guck mal Ah, verrückt Foxy Mensch, bist ja auch aktiv Das freut mich natürlich für dich Dass du aktiv bist Eigentlich nicht so wirklich, ne? Er macht dieses Da-da-dam-dam Mach ich irgendwas falsch? Kannst draußen bleiben, Große Wir haben es drei Uhr Wir haben es Ich weiß, dass du da bist Ist recht, was? Also dieser Job Wer auch immer sich diesen Job ausgelernt hat Oder wer sich dieses Spiel ausgedacht hat Dieser Typ Oder diese Ähm Das ist Foxy gerade an der Tür gewesen, ne? Ah, cool Chica Weißt du, guck mal Linke Seite Bonnie und Foxy, ne? Und rechte Seite kommt jetzt so langsam Chica So denkst du Hallo 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 Okay Können die vielleicht mal links weggehen? Ich muss hier alles synchron machen Wirklich Doch nicht Da stand er doch Cool Okay Alles gut Ich bin nicht gestresst Ich bin nicht gestresst Puh Es ist Kannst du mal das Licht bitte lassen Irgendwer Mach doch mal das Licht an Irgendwer Auf der Linkseite Ich bin voll gestresst gerade, Leute Ich bin ehrlich Das ganze Game Stresst mich ein bisschen zu sehr Aber wir haben es fast geschafft Noch 12% Leistung Ich habe das Gefühl Ich kann links nicht mehr aufmachen Ich habe das Gefühl Links steht jemand, oder? Ne, rechts Da schießt auch keiner Wir haben es gleich geschafft Gleich geschafft Haltet durch, Leute Noch ein bisschen Ja Ich kann nicht mehr Okay Geschenk Nummer 2 Guck mal Ich habe ein Foxy Teddy Ist der nicht süß? Wow Wie cool Ich denke Jetzt verreißen Okay Guck mal süß Fortsetzen Eigentlich nicht Ui Ui Okay Nach Nummer 3 Guckt mal wie gut ich bin Seid ehrlich Das ist schon eine gute Leistung Wer schafft es So schnell In so einer kurzen Zeit Ui So viel zu schaffen Er wollte mir wahrscheinlich Irgendwelche Informationen geben Dass ich jetzt irgendwie Komm Weißt du Komm Mikrofon Du bist ein bisschen im Weg Okay Eine geht wieder los Wunderbar Einer noch da Hm So schnell kann sie nicht hier sein Okay Ah Foxy Mensch Auch langsam mal unterwegs Ja Ach guck mal da oben Im Restroom bist du am chillen Vier sind unterwegs Muss ich ja eigentlich Eigentlich noch keine Angst haben Oder So ergibt es hier am meisten Sinn So Ich schmeiß ihn mal raus Kann's Chica später haben Okay Er geht auch los Er ist Oh Guck mal Chica Wenn du gleich kommst Da ist dein Cupcake Okay Kannst du die gleich abholen Ah Foxy Dein Gesicht ist in der Kamera Drin Chica Chica Kann ich eigentlich auch Also ich sag so wie es ist Wenn mich noch irgendein heftiger Jumpscare Mich trifft Ne Heute Dann bin ich raus Weil dann kann ich nicht mehr Schaffen das Leute Komm Das wäre perfekt Wenn wir drei Nächte schaffen In einem Oh Hallo Ich hör was Okay Wollen wir Hä Okay Ähm Was war die Musik Ah Oh mein Gott Ich hab irgendwie das Gefühl Ich hab's auch mal weiter richtig gespielt Aber irgendwas Letzter Versuch Wir schaffen das Jetzt Oder jetzt So ein Ding Und nicht anders Komm Wir ziehen das jetzt durch Tryhard Modus Oben unten Rauch Zack Schwarze Balken Alles Epischer Modus Aktiv Wir Ziehen Das Durch Und Ich seh euch alle Und Foxy Ich weiß nicht genau Was ich gegen Foxy machen muss Wenn sie losläuft Dann muss sie zumachen Okay Chica hat wieder Bock Chica Warte mal Okay das war's Wisst ihr was Scheiß drauf Scheiß drauf Ganz ehrlich Das war's Lasst einen Like unten Aber wir sehen uns beim nächsten Mal Auf euch lieb und ciao Na scheiß drauf Wirklich Das ist doch kacke Ich hatte Guck mal Ich hab einmal rausgeguckt Und bin direkt so erschrocken Das ist scheiße